Milchprodukte von besonderer Qualität gelingen nur, wenn sie mit Leidenschaft erzeugt werden. Von Meisterhand. Wenn die Freude an der Arbeit ebenso gross ist wie die Freude am Ergebnis. Wenn man den Wert der Rohstoffe nie aus den Augen lässt. Und wenn durch Tradition und Fachwissen das Beste aus Milch wird. Grüezi und willkommen bei EMI. Die Milch von jeder vierten Schweizer Kuh gelangt täglich zu EMI. Das macht EMI zur grössten Milchverarbeiterin der Schweiz und zu einer Premium Molkerei von internationaler Bedeutung. Beispielsweise ist EMI der wichtigste Exporteur von Schweizer Käse in die ganze Welt. Ermöglicht wird das durch unsere 5000 Mitarbeiter, die bei uns in über 100 Berufen arbeiten oder ausgebildet werden. Sie haben EMI zu dem gemacht, was wir heute sind. Ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden Franken weltweit. An verschiedenen Standorten bei uns in der Schweiz und im Ausland sorgen unsere Mitarbeiter für die hochwertige und nachhaltige Verarbeitung von Milch zu Produkten wie Joghurt, Käse oder Milchgetränken, die dann in über 60 Länder weltweit exportiert werden. Dabei achten wir sehr darauf, dass sie dem Geschmack und den Bedürfnissen unserer Konsumenten gerecht werden. Denn nur so entstehen erfolgreiche und innovative Produkte. Wie unser Kaffee Latte, von dem mittlerweile jährlich mehr als 100 Millionen Becher verkauft werden. Bei den Zutaten für unsere Produkte ist die nachhaltige Erzeugung und Verarbeitung ebenso wichtig wie ihre makellose Qualität. Als größter Bioverarbeiter der Schweiz achten wir aber nicht nur bei unseren Produkten auf Nachhaltigkeit, sondern auch bei deren Herstellung. So können wir beispielsweise Jahr um Jahr unseren CO2-Ausstoss sowie den Elektrizitäts- und Wasserverbrauch deutlich verringern. Mit Emmi Marken und Eigenmarken sind wir ein starker Partner des Schweizer Handels. In der Schweiz bereiten wir mit Innovationen und Spezialitäten jeden Tag höchsten Genuss. Durch international beliebte Marken wie Kaffee Latte, den vielfach ausgezeichneten Kaltbachkäse, Emmi Muesli, Kaiku oder Gerbe Fondue sind wir auch weit über unsere Grenzen hinaus längst zu einem der wichtigsten Botschafter Schweizer Molkereikultur geworden. Mit unserem Sponsoring-Engagement im FIS-Skiweltcup machen wir unsere Marken inmitten der Schweizer Bergwelt erlebbar. So tragen wir Emotionen, Dynamik und Begeisterung in die Welt hinaus. Das ist Emmi, die grösste Schweizer Milchverarbeiterin und Europas innovative Premium Molkerei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020